Enttäuschender Abend für Borussia Dortmund, aber lass uns bitte nochmal über die 65. Minute reden. Hast du irgendeinen Ansatz, irgendeine Theorie, warum erstens Stegemann das nicht pfeift? Das kann er ja in Echtzeit sehen, dass das ein Elfmeter ist. Und zweitens, warum der Keller nicht eingreift? Nein, also wir haben uns das ja jetzt mehrfach angeguckt aus vielen verschiedenen Perspektiven und die Fassungslosigkeit, die bleibt einfach bestehen. Danilo Soares, er trifft deutlichst den Mann. Und du hast die Frage gestellt, also erstmal Sascha Stegemann, wofür gibt es die Review-Area? Wenn ich mal überlege, mir fallen zig Szenen ein, wegen denen die Schiedsrichter rausrennen und sich das Ganze nochmal angucken, aber hier nicht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn er diese Bilder sieht, die wir gerade alle gesehen haben, dann gibt er im Nachgang den Elfmeter, weil es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, diesen Elfmeter nicht zu geben und dann das Schiedsrichter gespannt. Auch darüber müssen wir reden, also irgendeiner muss ihm ja aufs Ohr gesagt haben, hör mal Sascha, brauchst du den nicht angucken, ist kein Foul. Und da fehlt es wirklich, also da weiß ich einfach nicht, wie man auf diese Idee kommen kann, in so einem wichtigen Spiel sich wenigstens das Ganze nicht noch einmal anzusehen. Das hier ist eine klare Fehlentscheidung zulasten des BVB. Ja, unfassbar. Man kann es einfach nicht nachvollziehen, zumal es ja noch eine gelbrote Karte dann auch für Bochum gewesen wäre, also Elfmeter und Platzverweis. Dann hätte es für den BVB wahrscheinlich sehr gut ausgesehen.